Und damit hallo und herzlich willkommen zum Marktbriefing von tradingportal.net Gestern der Versuch des Turnaround Tuesdays bzw. wurde auch ziemlich gut aufgegriffen Wir hatten das ja thematisiert, dass der wahrscheinlich anstehen wird Dass auch das Volumen für die Puts sehr sehr hoch war auf Rekordhöhe am Freitag Und das bedingt dazu gerne auch mal eine starke Gegenbewegung Doch es kann nun sein, dass diese Gegenbewegung auf Widerstände trifft Und die Anschlusskäufe nicht kommen und die Bewegung in sich zusammensacken wird Aktuell die Futures sind noch sehr fest unterwegs Aber mal schauen, wie wir dann am Ende zu Kassaschluss stehen Ich kann mir vorstellen, ein bisschen Schwung noch mitnehmen Und dann Fläche in den Kassaschluss, vielleicht wieder die ersten eingetrückten Tageskerzen Das wäre auch wieder relativ gut im Muster Aber das schauen wir natürlich Stück für Stück an Und live natürlich dann auch im Trading Chat auf tradingportal.net Der gestrige Handelstag, den können wir hier nochmal sehen an der Wall Street Früh, also Marketbriefing, da waren wir doch alle noch ein bisschen Minus unterwegs Viel zurückhalten, doch dann im Tagesverlauf griff der Turnaround-Hus hier zu Und ja, man schob sich Stück für Stück nach oben Sicherlich wurden da viele Shorties auch gegrillt Wie gesagt, oh Bankenkrise, jetzt geht es nach unten Ja, aber dann war es doch nicht wirklich so der Fall Und es kommt die Gegenbewegung auf Ja, wir hatten erst, wie gesagt, den Sprung nach oben Dann gab es eine Schwächephase zur Richtung Nachmittag Hat man fast alles wieder abgegeben, um dann in den letzten Minuten wieder hochzuziehen Mal sehen, ob das rein technischer Natur war Der DAX verwaltet letztendlich weiter im Wochenminus von minus 1,26% Der ist jetzt der Underperformer und schaut etwas mit bangen Blicken auf den morgigen Tag EZB-Ratssitzung, heute beginnen die Tagungen im EZB-Tower Und vermutlich gibt es ein bitteres Tauziehen hin und her Man war ja eigentlich sicher, locker ein, zwei große Zinsschritte kommen auf alle Fälle Jetzt steht sogar vielleicht die Frage, eine Zinspause einzulegen Obwohl die Kerninflation in der Eurozone weiter sich im Anstieg befindet Das kann man eigentlich auch nicht liefern Also Falken und Tauben, die sind sowieso ein richtiger Spalt Geht dort durch die Mitte durch im EZB-Rat, viel stärker als bei der US-amerikanischen Notenbank FED Das dürfte bitter werden Man darf sehr gespannt sein, was dann am Donnerstag geliefert wird von Madame Lagarde Also DAX mit Zurückhaltung, minus 1,26 Wochen Performance Der S&P nun plus 1,49, Dow 0,77 Nasdaq in plus 3,12% Das kann man hier auch nochmal sehen Seit der Bankenbleite der Silicon Valley Bank Die Performance der US-Indizes Small Caps hängt ganz schön hinterher Nasdaq jetzt sogar leicht im Plus Also vom Panik ist wahrlich nicht viel zu sehen Aber ich habe es gestern eben auch gesagt Mit der Vorwanderung für den Turnaround-USD Damals zur Lehman-Platte 2008 Ohne das ist 1 zu 1 vergleichen zu wollen Aber die Bewegung sind doch interessant Man hat am ersten Tag einen starken Abverkauf gehabt Was denn jetzt los? Und dann in den Folgetagen gab es eine Rallye von knapp 6% beim S&P 500 Also eine deutliche Gegenbewegung Um danach wieder in sich zusammen zu sacken Und aktuell ist jetzt nicht die starke Gegenbewegung Aber es ist eine Gegenbewegung Und der Nasdaq sogar grün unterwegs Also ein bisschen ähnlich ist das durchaus schon Übergeordnet bleibt die Sache schwierig Blicken wir hier kurz auf die Regionalbanken Die hatten ja einen mega Abverkauf Gestern sind sie zweistelligen Prozentbereich gestiegen Riesige Schwankungsbreite Und trotz der großen Erholung gestern Übergeordnet bestehen da jetzt dicke Minuszeichen Weiterhin für die Performance der letzten Tage Und ja, gerade die Regionalbanken bleiben unter Druck Viele Großbanken haben gemeldet Dass sie extreme Zuflüsse haben Verzeichnen ja Warum? Weil viele Anleger nun abspringen von den Regionalbanken Die vielleicht weiter in Liquiditätsnot reiben Und die Großbanken profitieren davon Und die kleinen Banken Die auch viele Kredite gerade im Wachstum Oder im Startup-Bereich vergeben Die schauen auf Liquiditätsengpässe Und die werden sich reagieren Natürlich wird die Kreditvergabe weiter restriktiver werden Weiter zurückhalten Erst recht in den Risikobereich Und das dürfte eben für Refinanzierungshungrigen Wachstumsbereich Durchaus schwierig werden Also die Kreditvergabe ist sowieso schon teuer Und wird vermutlich noch restriktiver Und das ist für Ja, Wachstum einer Volkswirtschaft Äußerst bedenklich Also Regionalbank Gegenwehr Aber übergeordnet schwierig Und auch die Geschäftslage dürfte unter Druck geraten Profiteure sind natürlich Mal wieder die Großen Blick ganz kurz auch auf die Inflationsdaten Die gestern gemeldet wurden in den USA Und sie waren wirklich ziemlich in den Erwartungen Eigentlich genau in den Erwartungen Außer bei der Kerninflation Auf Monatssicht gab es sogar einen kleinen Sprung Auf der Oberseite zu vermelden Da hat man einen deutlicheren Rückgang erhofft Den gab es nicht Aber bei der Inflation Ja, der Abwärtstrend nach der Spitze über 9% Hält weiter Stand Jetzt der achte Rückgang in Folge 6,4% waren es im Vormonat Jetzt sind wir bei 6,0% Fettziel dürfte um 2% noch liegen Ich bin mir sicher Das dürfte alsbald etwas angepasst werden Weil von 6 auf 2% ist doch noch ein ganz schöner Weg Insgeheim hat man sicherlich gehofft Dass vielleicht schon die 5% vor dem Komma steht Das wurde nun leider nicht geliefert Die Kerninflation ist das problematische Bild Mit 5,5%, 0,1% tiefer Hat man auch etwas mehr Rückgang erwartet Bleibt relativ stabil Sieht man ja auch, wie die Kurve sich so ein bisschen abflacht Möchte nicht richtig hoch Zur Anhörung in der letzten Woche im Senat Um Kongress von Anhörung von Jerome Powell Der hatte auch die Kerninflation mehrfach erwähnt Dass er doch diese Entwicklung problematisch sieht Dass dort kein Abwärtstrend richtig aufkommt Ist auch überrascht gewesen Dass sie so sticky ist Die Kerninflation Und die heutigen Daten Beziehungsweise die gestrigen Daten Die bestätigen er diese Annahme Damals Jerome Powell Es ist erst eine Woche her Aber seit einer Woche ist in der Tat sehr viel passiert Damals hat er gesagt Also das ist immer lange nicht ganz viel Wir müssen länger die Zinsen anheben Weit ins Jahr hinein Und ganz lange oben halten Zinssenkung von vor 2024 Könnt ihr vergessen Großer Zinsschutz ja vielleicht Und mit diesen Daten Das ist der Kerninflation Wäre das sogar möglich Aber es ist seitdem einiges passiert Und die ganz große Frage ist Ob er komplett umkippen wird Die Erwartungshaltung ist so unglaublich Hat sie auf Trainingportal schon geschrieben In Training Die Großbacken gehen auch komplett unterschiedliche Wege Manche sagen Oh vielleicht sind sogar 50 Basispunkte noch möglich 25 Punkte auf alle Fälle Einige Analystenhäuser Die sagen Ja es wird auf alle Fälle Den Pivot verkünden Die Pause Kein Zinsschritt mehr Vielleicht sogar eine erste Zinssenkung bringen Der nächsten Woche Das wäre total überraschend Und das Tightening auf alle Fälle Auch beenden Pausieren Also extrem weit Da stochern alle im Nebel herum Keiner weiß genau Was passieren wird Auf alle Fälle Hier ist nochmal die Erwartungshaltung Die letzten Tage Wie sie die nach unten verschoben hat Erst bei 5,5% Der Endzins Jetzt auf gar keinen Fall Mehr die 5% Und der Pivot Wird richtig nach vorne verlagert Das sind die Kreise drumherum Dass wir kurz vor dem Pivot stehen Und kurz danach Bereits im Sommer Die ersten Zinssenkungen folgen Wie gesagt Jerome Powell steht ja wirklich Für einen bitteren Bitteren Spagat Die EZB Sicherlich sogar noch schwieriger unterwegs Er hat sich vor einer Woche So weit aus dem Fenster gelehnt Dass er wirklich stark restriktiv vorgehen wird Und anscheinend hat er eben die Bankenpleite Die zwei Tage später folgt Nicht kommen sehen Und jetzt steht er da wieder etwas Ja Sehr ungünstig da Den großen Zinsschritt Eventuell ankündigen Die lange Zinsen oben halten Und dann komplett das Gegenteil liefern Das wäre auch vielleicht ein falsches Signal Also 25 Basispunkte Müssten eigentlich kommen noch Und vielleicht das mit irgendwelchen Notprogrammen Untermahlen Hatte ich ja gestern schon ganz kurz skizziert Blicken wir hier einfach mal In die Vergangenheit zurück Zur Corona Krise Damals hatten ja QE massiv gestartet Zinsen runter Auf Null Aber damals hatte man auch Ein ganz anderes Umfeld Dort waren die Inflation nicht bei 6% Wir waren fast im deflationären Umfeld Beziehungsweise das deflationäre Umfeld Drohte ja direkt Während der Corona Pandemie Und da konnte man natürlich Ganz ganz anders agieren Im deflationären Umfeld Da kannst du ja die Geldpolitik Sonst wie hochschießen Aber wir sind jetzt immer noch In einem inflationären Umfeld Und mit 6% dreifach über dem Ziel der Notenbank Die Frage ist Ob man dann wirklich ähnlich agieren kann Die Märkte hoffen das etwas Dass man in der Tat QE wieder starten kann Die Zinsen wieder deutlich runter gehen Ich habe da meine Bedenken Ob das denn wirklich so möglich ist Genauso kann man nicht reagieren Man kann jetzt nicht so inflationär reagieren Mit neuer Liquiditätsflut Wie damals Was man sich jetzt etwas erhofft Da würde man sofort die Inflation wieder befeuern Die jetzt weiterhin viel zu hoch Die Kerninflation auch noch viel zu sticky Und das jetzt gleich wieder befeuern So hoch stehen wir noch bei der Inflation Ich denke das wird ein bitterböser Spagat Das wird auch ein verbaler Spagat werden Den man liefern muss Ich kann mir vorstellen Dass er auf die Zinsen Weil er sich dort selbst so festgeschossen hat Beziehungsweise der Noten Der Fettrad sowieso Dass man dort relativ stabil bleiben wird Sagt man ja auch immer jetzt komplett wegknicken Weiß ich nicht Teiltiening könnte man reduzieren Aber Stück für Stück Von Sitzung zu Sitzung Das kann ich mir sehr gut vorstellen Aber primär wird es sicherlich sein Dass man Ruhe reinbringt Verbal Ruhe reinbringt Sicherlich die Notprogramme Für die neu etablierten Notprogramme Vielleicht sogar erweitern Im Umfang Oder noch ein zusätzliches etablieren Das kann ich mir alles gut vorstellen Der ein bisschen QE durch die Hintertür Aber eben nicht im Ansatz So stark wie damals 2020 Beziehungsweise 2008 Ja Das ist der Spagat Großbacken stochen im Nebel Da stochen wir auch im Nebel Ich glaube eher Dass der Fett hier in Spagat hinlegen muss Nicht so agieren kann Wie damals Vermutlich eher etwas QE durch die Hintertür liefern wird Und den Zinssatz Vielleicht in der Tat sogar noch 25 Basispunkte anheben wird Die Geldpolitik Das ist die Problematik mit dem Verzögerungseffekt Die bleibt lange Komplette Jahre restriktiv Das kriegt man nicht so schnell umgekehrt Deswegen muss man eigentlich auf Vorsichtiger agieren Denn jede Zinserhöhung Jede Straffung die man jetzt bringt Die kommt erst Spätsommer, Herbst an In der Konjunktur Und wir merken ja jetzt schon Die großen Schleifspuren, die Gefahren Das bleibt ein Thema Ein großes Thema Für Die Konjunktur Für die Gewinnmargen der Unternehmen Und eben das systemische Risiko Was jetzt viel akuter ist Als die eigentliche Konjunktur Dort schaut man ja so gar nicht mehr hin Ja Wieder mal kurz der Hinweis Bitte Like nicht vergessen Kommentar nicht vergessen Abo sowieso nicht vergessen Dann hat das Video auch eine Chance Vielleicht etwas zu renken Und nach oben zu kommen Und vielleicht erreichen wir so auch ein breiteres Publikum In dem letzten Video hat das wunderbar funktioniert Einige haben sich gemeldet Die schon so lange da still zuschauen Und sich da mal kurz zu Wort melden Das finde ich einfach toll Dass man nicht aus der Anonymität etwas herauskommt Etwas Feedback erfährt Vielen Dank dafür Termine heute schauen wir auch noch an China Daten Ja Waren alle relativ in der Erwartung Waren nicht spannend Großhandelspreise Ich glaube vor dem Monat waren 0,2 Und reingekommen sind 0,1 Also etwas besser Aber jetzt auch keine Überraschung 11 Uhr Die Industrieprotektion Eurozone Ja Auch Ja Zweite Datenreihe Interessanter wird es dann ab 13,30 Deutlich interessanter Da haben wir nochmal die Erzeugerpreise aus den USA Viel wichtiger werden aber vermutlich Die Einzelhandelsumsätze sein Wie läuft es denn mit dem Konsum In den USA Preisdruck wirkt Sehen wir eine kleine Auffällung Konsum Große Teile des BIP-Wachstums in den USA Beruht nun mal Ich glaube um die 70% Auf Konsum Und wenn dieser wegbricht Dann wäre es eben der Hinweis Dass die Rezession immer Unmittelbarer bevorsteht Die Friede Karton Die deuten das ja sowieso schon an Aber wenn es im Einzelhandel ankommt Ja dann ist die Rezession unmittelbar Und das wird ein wichtiger Punkt Seien der Empire State Herstellungsindex Das ist einer der Frühindikatoren Einer der ersten die nun gemeldet werden Morgen folgt der Philly Fett Die werden natürlich besonders beäugt werden Weil sie eben den Hinweis liefern Wie die Konjunktur so im Sommer aussehen wird Die Bankenkrise geht da vermutlich noch nicht mit rein Aber das könnte ich nochmal erodieren Ob das so ist Schauen wir es nochmal an Weil das könnte eben sein Dass eben die Verbrauchervertrauen etc Die weichen Wirtschaftsdaten Die reagieren halt da durchaus etwas sensibler Gut das soll es gewesen sein Wie gesagt auf tradingportal.net Im Trading Start bleibt auch tagsüber informiert Ja jede mögliche Stickermeldung wichtiger Und bringe ich dort sofort hinein Im Dashboard bleibt auch charttechnisch informiert Wie es weitergehen wird Ansonsten gibt es heute eben auch Die Webinarreihe von Miki Hatte ich mehrfach hier schon erwähnt Die hatte nun schon das zweite Video gab es da nun schon Trading Strategien aufbauen Setups, Psychologie, Risiko Money Management Also Schritt für Schritt Wie man erfolgreicher Trader werden kann Heute gibt es den ersten Livestream Den könnt ihr auch folgen Wir zu der Webinarreihe Kommt einfach auf tradingportal.net Webinare den Reiter Da habt ihr die Webinarreihe Ihr habt die vergangenen Webinare Könnt ihr aufrufen Dann das nächste Webinar könnt ihr immer sehen Und das nächste ist jetzt nicht kein Webinar Das ist der Livestream Der startet heute am 15. Mittwoch Von 19 bis 21 Uhr Mit Echtzeit Trading Also da könnt ihr mal mit reinschauen Wenn ihr die Webinarreihe gesehen habt Wie die Theorie funktioniert Und dann die Umsetzung in der Praxis Gerne reinschauen Der Miki wird sich freuen Das ist ein erster Livestream Und ja ich denke Alle die vielleicht noch nicht so Die beste Trading Strategie haben Wo es noch ein bisschen gefeilt werden muss Wo es vielleicht auch Probleme Wie man ein Risikomoneymanagement gibt Wie man einen Trade aufsetzt Ich glaube das heute genau richtig aufgehoben Schaut mal vorbei In den Livestream Heute 19 Uhr Jetzt schauen wir noch hinein In den DAX Wie gesagt Gegenwehr war möglich Der Turnaround Tuesday Und er kam Und wie gesagt Oberhalb der 15.1 War ihm auch die Chance Für eine Squeezebewegung möglich Und die haben wir gesehen Ich glaube eine Spitze ist der DAX Sogar 2% angestiegen Das war die Bewegung Die wir gesehen haben Ich glaube aber jetzt könnte Die Dynamik herausgenommen werden Der Start ist vielleicht etwas Interessant noch Aber Schwung mitnehmen Und dann mal gucken Wie der Tagesabschluss steht Ich kann mir vorstellen Dass wir dann Nach dem Schwung Vielleicht wieder die ersten Tageskerzen Mit langen Docht stehen lassen Dass die sich bärisch wieder eintrüben Hier ist der Tagesschart Für den DAX Sind runtergefallen In die harte Widerstandzone Mit einer Tageskerze Zur Bankenkrise Sind wir 3% runtergefallen Harte Widerstandzone 14.8 15.000 Dort nur die erste Gegenwehr Ja und Relevante Zone Zum Start heute Um die 50 Alte Altbekannte Zone Möchte ich fast meinen Zuletzt immer Supportzone gewesen 15.250 Die Zone 230 260 50 Tageslinie Läuft auch noch hier Wir stehen Der Future Ja steht fast Inmitten dieses Bereiches Kommen wir oberhalb rein Kann Schwung noch mitgenommen werden Und wir könnten den Bereich Ja gut 300 Punkte 300 Punkte 100 Punkte Richtung 350 Könnten wir dann noch Drauf packen Und eventuell Gibt es dann Die Eintrübung Kommen wir da noch rüber Öffnet sich die Tür Im Bereich 430 Und darüber 94 530 Hätten wir auch eine Gap Zone Vermutlich alles zu viel Heute Aber Stabilität 250 Kann man auch noch Weitere 100 Punkte Auf der Oberseite holen Aber mal sehen Vielleicht kommen wir doch Etwas schwächer rein Und sehen den Insider Bleiben direkt Unterhalb hier der alten Verbindungslinie Unterhalb der 50 Tageslinie Wie gesagt Knack 250 Erste Handelsstunde Wird da jetzt sicherlich Interessant Bleiben wir unterhalb Haben wir erstmal den Insider Also innerhalb der Vortagesrange Bewegen wir uns dann Und hält man Erst im Cluster Richtung 15.1 Offen Fallen wir dort wieder durch Türöffner 15.000 Und darunter Richtung Wochentief 14.900 Wäre dann wieder zu nennen Darunter Gap Zone Große Support Zone 14.790 Verläuft das Gap Glaube ich Genau Ja Also haben wir jetzt Schwäche Mal sehen Gestern Turnaround USD Reinkommen Anschlusskäufe Großes Fragezeichen Dieses Szenario Ist weiterhin Haben wir weiterhin Vielleicht hier auch Nur ein Insider Ist die Aufwärtsdynamik Jetzt heraus Vielleicht kann man ja auch Hier Zumindest Anstreben Dass man jetzt hier Richtung SKS Formation schaut Und es vielleicht in dieser Zone Erstmal etwas Volatil bewegen So eine rechte Schulter Andeuten Was daraus wird Wer mal dann sind Kann natürlich genauso gut Ein Doppelboden Am Ende Aber dass man uns dort Erstmal hinbewegen Erste Abwärtswelle Die Konsolidierung Der Abwärtswelle Die sich im Übrigen Noch vollkommen im Rahmen Hält Wenn ich jetzt mal Diesen Abverkaufsbewegung Sehe Ja 93 Wäre es 61 Achtere Dresen 50 Dresen Hält sich vollkommen im Rahmen Sehen nur die Konsolidierung Der Abwärtsbewegung Und die könnte jetzt In Stocken geraten Haben wir Probleme 250 Wie gesagt Kann ich mir gut vorstellen Dass wir eventuell versuchen Hier so eine rechte Schulter Auszubilden Und dann erstmal Volatil Vielleicht bis zur EZB Wenn die neutral bleibt Geht es im Volatil weiter Also wir sind ja In eine wichtige Supportzone reingefallen 14.8 15.000 Das ist eine harte Zone Das sind dort gleich Durchrauschen Dass da Hauen und Stechen losgibt Ist klar Und dieser Zone Könnte das Hauen und Stechen Nun stattfinden Gestern Squeeze Turnaround Juste Aber Anschlusskäufer Meiner Meinung nach Fraglich Muss man nun beobachten Wie man uns An der 250 Bewegen Also Mal sehen Also Ein bisschen Schwung mitnehmen Dann Vielleicht etwas Herausnahme Vielleicht erste Schwache Tageskerzen Dass man wirklich Ein lang Dort wieder stehen Lassen Aber das schauen wir Dann auf Tradingportal Mit dem Tradingchat Dann gemeinsam an S&P 500 An der Wall Street Ist ja auch in die Harte Widerstandszone Hineingefallen Hier 3.800 3.770 Unterhalb der 3.940 War das die nächste Anlaufzone Haben wir tangiert Noch nicht so richtig Reingelaufen Aber ich glaube Auch hier haben wir Zeit Um uns mehrere Tageskerzen Aufzuhalten Gestern der Rebound Zur Ausbruchzone Zum S&P 200 Der 200 Tagelinie 3.940 Ja diesen Cluster Haben wir jetzt Gut durchlaufen Mal sehen Im bullischen Fall Kommen wir Oberhalb rein Im bullischen Fall Kommen wir Oberhalb rein Im bärischen Fall Sehen wir den Inside D Komma innerhalb Reihen Und vielleicht auch Die erste Eingetrübte Tageskerze Die Future Ja Wie gesagt Es sieht viel aus 3.925 Noch unterhalb Aber Kasseeröffnung Wäre hier spannend Also 3.940 Im Blick Im besten Fall Springen wir drüber Wir haben ja 13.30 Wichtige Daten Die reinkommen Einige Daten Die reinkommen Die werden den Start entscheiden Eine Stunde später 14.30 Und da 3.940 Wäre der Cluster 3.9 Zur 3.850 Weiter aktiv Verrutschen wir dort Wieder durch Sind wir wieder In der Supportzone Drinnen Haben diese im Fokus 3.8 3.770 Falls wir die Dynamik Dynamisch durchbrechen Wäre 3.730 Zu nennen Und oberhalb Der 3.940 Hingegen Ja gut Da haben wir 3.950 Point of Control Verläuft ja auch Der SMA100 Auch Es ist schon 3.940 3.950 Das ist die nächste Harte Widerstandzone Dort muss man rüberkommen Idealfall Wie gesagt Per Sportkurs 14.30 Wäre eine Einladung Für die Bullen Die 3.975 Anzuvisieren Vermutlich sehr direkt Kommen wir dort rüber Wäre ja der Kombi Widerstand Am EMA200 Bei 4.000 Mittlerweile Ziemlich genau 4.000 Zu nennen Also 3.940 3.950 Wichtige Zone erreicht Wichtige Zone Gestern erstmal abgeprallt Schaffen wir den Sprung rüber Ja oder nein Ansonsten geht es eben wieder zurück Richtung 3.850 Und darunter kann auch ein neues Wochentief drohen Dow Jones Dow Jones Dow Jones Der notiert weiter Unterhalb vom SMA200 3.180 Erste Supportzone Oberhalb steht Die Beine 250 Zum SMA200 Bei Ziemlich genau 3.22400 Etwas darüber Wir haben auch die Trendlinie darüber Bei 4.70 Ja also Der 400er Bereich Ist etwas im Blick Ich schaue es zum Future rüber Stehen unterhalb 31.800 Sur 32.250 32.400 450 Die Zone ist weiterhin offen Kommen wir dort rüber Hätten wir auf Tagesschlussbasis Eine erste Aufhängung Könnten wir den EMA200 Anvisieren Der mittlerweile Ja knapp unterhalb 33.000 Verläuft 32.950 Rutschen wir zurück Unter die 31.800 Dann ist das Wochentief im Blick 31.500 Wäre dann das 50er Retreat Mit der großen Bewegung Mögliche Keilunterkante Haben wir auch Brechen wir durch Die 31.500 Durch ist neue Abwärtsdynamik Da kommt direkt Die nächste Abwärtswelle Nicht ganz ohne Impuls Vermutlich Müsste das passieren Wir haben eine Gapszone Um 31.150 Darunter ist die 30.800 Zu nennen Das große 61.8 Retreatsman Von der Bewegung Seit Oktober Also Stabilisierungsversuch Aber hält sich Auch ziemlich In Rahmen Hier die Retreatsman Nach Auch die Tageskerzen Mühsam Wir müssen Die 32.400 Müssen uns Etablieren Oberhalb Vom SMA 200 Dann könnten wir Hier wieder Reinkommen Und die Konsolidierung Deutlich Ausweiten Selbst dann Bleibt die Sache Aber Noch heiß Direkt Unterhalb Und Da bleibt Er Die 31.500 Unter Druck Dow Jones Müht sich Etwas Ab Nasdaq Seidwert Trend Hält sich Besser Momentan SMA 200 Bei 11.9 Wurte Weiterhin Verteidigt Oberhalb Die 12.170 Im Blick Future Aktuell Steht Auch Oberhalb Aber Mal sehen Ist der Schwung Von Gestern Die Technische Bewegung Wie man Dann Wirklich So Kassa Eröffnung Reinkommt Das ist Dann Ganz Andere Frage Wie Gesagt 13.30 Dann Die Wichtigen Daten Die Future Können Komplett Anders Stehen Zu Dieser Zeit Deswegen Diese Spanne Ist Für Mich Weiter Erstmal Aktiv 11.9 Richtung 12.170 E mal 200 Kommen wir Dort Rüber Kann Man An Der 12.300 Wieder Anklopfen Und Kommen wir Darüber Dann Hätten Man Die Chance In Der Tat Für Eine Aufhellung Jetzt Wieder In 12.450 Bereich Mit Anschluss Chancen Zur Richtung 12.6 Dass Man Eventuell So Doppeltop Dann Anstreben Könnte Aber Abwarten Diese Spanne Der Beiden 200 Tage Die Möchte Ich Momentan Noch Nicht Aufgeben Unterhalb Der 11.900 Hingegen Bleibt Die Orange Richtung 11.7 Aktiv Und Darunter Der Ganz Wichtige Bereich Um Die 11.500 550 Den Man Nicht Her Geben Darf Nun Gut Das Soll Es Gewesen Sein Etwas Schneller Heute Aber Wie gesagt Es war Gestern Der Turnaround Juicy Erwartet Haben Und Diesen Schwung Könnten Noch Etwas Mitnehmen Aber Ich Habe Große Zweifel Dass Die Starken Anschluss Käufe Hineinkommen Und Man Doch Wieder Zurück Haltend Wird Vielleicht Mit dem Ersten Schwung Am Ende Eine Leicht Bärische Tageskerze Stehen Lassen Wir Mal Alles Beobachten Live Im Trading Chat Auf Trading Portal Net Unkomplett Betreut Im Dashboard Vergesst Bitte 19 Uhr Das Live Trading Nicht Livestream Von Trading Chat Ich Denke Da Kann Jeder Etwas Mitnehmen Und Etwas Lernen Das So Es Gewesen Sein Ich Wünsche Euch Dann Gleich In Halben Stunde Einen Guten Start In Diesen Handelstag Macht Es Gut Und Ciao